Herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich präsentiere Ihnen hier auf der Boot in Düsseldorf die neuen Scan-Strut-Halter. Was bedeutet Scan-Strut-Halter? Viele von Ihnen kennen die Ram-Mounts. Das ist ein Kugelgelenksystem. Wir haben zwei Kugeln oben und unten. Und dazwischen ist eine flexible Befestigung, um zum Beispiel Echolot oder ähnliche Dinge auf dem Boot zu befestigen. Die kann man aber nicht mal eben schnell lösen. Deswegen hat Scan-Strut flexibel Halter entwickelt. Wir haben einmal dieses Kugel-Element. Das ist eine sehr, sehr pfiffige Sache, sehr flexibel einstellbar. Und wir haben ein dreiteiliges System, passend für Ihr Boot. Wir haben zum Beispiel hier eine Grundplatte, die man kleben kann. Wir können das Ganze mit einem Saugnapf versehen, wenn Sie nicht schrauben wollen oder kleben wollen. Und wir haben auch diverse Schraubmöglichkeiten. Dazu brauchen Sie dann diesen Mittelhalter und oben den entsprechenden Kopf für Ihr Echolot, für eine Grundplatte vielleicht, hier für eine Kamera oder für ein Smartphone. Das Ganze ist sehr flexibel, gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen. Und wenn Sie auf unsere Internetseite gehen, www.echolotzentrum.de, wenn Sie alle Informationen nochmal zusätzlich finden. Wenn Sie unsicher sind, was Spezielles auszusuchen oder für Ihr Gerät was zu suchen, schauen Sie oder rufen Sie uns einfach an unter 05251 184 1096. zum Beispiel Vielen Dank.